Leute, was geht und willkommen zu einem unnötigen Masters Video auf unserem Kanal, äh, Volume, keine Ahnung, 6, 5, 4, 8, whatever, egal. DNA hat auf jeden Fall ein kleines Announcement gemacht, aber eher sind das so News, aber es ist auch irgendwie so ein kleines Announcement. Und zwar ein Message from the Masters Team, Volume 1, das allererste Bruder. Kommen wir mal rein. Was steht denn da auf Deutsch? Aufgrund der Dinglichkeit, äh, Dringlichkeit dieser Angelegenheit wird diese Ankündigung vorerst nur auf Englisch angezeigt werden. Vielen Dank für dein Verständnis. Okay. Ich will jetzt nicht haten oder so, aber jeder Patchnote war bis jetzt nur auf Englisch. Aber, okay, ich meine, man sieht das hier auch, äh, ne, okay, egal. A Message from the Masters Team, so. Thanks for playing Masters. I am Yu Sasak, keine Ahnung, Yu Sujuk, the producer of Masters. I would like to sincerely thank you for playing and downloading Masters. We would also like to thank you for the feedback you have provided across both the game's social media channels and the fan communities. So, sie bedanken sich erstmal, dass wir das Spiel gedownloaded haben und es gespielt haben oder immer noch spielen und bedanken sich für das Feedback, was wir gegeben haben. Sei es jetzt zwecks, ähm, irgendetwas, aber halt auf deren Social Media Seiten oder Fan Communities. We have taken your feedback too hard. I, 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 okay. Okay, at this time, we will like to look back at the game's activities since launch and update you all about its future direction. Also, was sie sagen ist halt, sie haben unser Feedback gesehen, sie nehmen es sich zu Herzen und gucken rein, was sich im Game geändert hat oder warum das Game die Zahlen aktuell hat von aktiven Spielern wahrscheinlich, ähm, von launch bis jetzt, was gerade mal anderthalb Monate ist, glaube ich, oder zwei, egal, gut, ähm, ich werde alles so übersetzen, bla 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 und dann am Ende einfach sagen, was ich denke und so, ne, ihr wisst schon, was ich meine, so. Äh, I will also be joined by a new producer. Okay, Tetsu Ichiguchi, keine, keine Ahnung, Tsubasa Ozora, nennen wir ihn, keine Ahnung, Gucci oder was weiß ich, Tetsu Gucci, I don't know. Okay, sie bekommen anscheinend von irgendeinem, keine Ahnung, wer das ist, ein Tier, sag ich mal, ein Tier, der schon jahrelang Mobile Games operated hat, also geleitet hat oder gemanagt hat oder so, ähm, das ist schon mal was Gutes, heißt aber nicht, dass es eine richtige Wahl ist. Egal, together we will work toward improving, nicht towards, egal, we will work toward improving the game experience for everyone. Okay, the following is from Mr. Gucci and myself, discussing both the current concerns and the future direction of the game. Okay, so zum ersten Abschnitt, allgemein Feedback haben sie gehört, sie möchten ins Game gucken, was das Game falsch macht, wie das Game in Zukunft weitergehen soll, was so die, ne, die Vision der Entwickler entspricht oder der Producers, der Publisher und unserer Vision. Gut, das ist an sich schon mal mega gut und, ähm, zeigt auf jeden Fall, dass sie doch was ändern wollen, weil sie wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht mehr das Geld machen, was sie am Anfang gemacht haben, gehe ich mal davon aus, weil, wenn, wenn eine Firma anders denkt, außer in Geld, dann, ähm, läuft was schief. Klingt fies, ist aber so. Okay, das ist an sich ganz gut, aber es ist halt, die schauen halt nach Aktivität, haben sie es ja selbst gesagt. Und da kommt so ein bisschen mein Zweifel auf, dass sie halt vielleicht schauen, okay, bis zum Blue Banner war unser Peak. Also beim Blue Banner und beim Blue Event war unser Peak. Und nach dem Blue Event kam ja Lyra. So, und da war es auch noch ganz okay, aber es ging schon ab und so. Das heißt, sie gucken da rein und würden wahrscheinlich sagen, hm, wir brauchen vielleicht wieder einen Banner mit guten Charakteren und vielleicht ein Story Event, müssen wir öfter mal droppen, anstatt irgendwas Lowes, wie bei Lyra, war ja nur Training Event und ein Banner. Also so entnehme ich das jetzt ihrer Aussage, was aber falsch ist, das falsch ist. Und ich hoffe, sie verstehen das auch, dass das Core Game aktuell Trash ist. So, Addressing Primary Issues und jetzt kommen wir dazu, was die sagen. Ich weiß nicht, ob ich das alles vorlesen werde, ich werde es einfach mal machen für die Leute, die das nicht hören möchten. Es gibt einfach whatever. We would like to address that we believe to be the three biggest areas of concerns, warte mal, to be the three biggest areas of concerns since the game launch. Okay, okay. Das ist das, was die jetzt glauben, was die drei größten Probleme des Spiels sind, seitdem das Spiel released worden ist. Hören wir mal rein. First, as you know, there have been bugs and other issues that have been impaired your enjoyment of this game. Okay, damit sprechen sie höchstwahrscheinlich diesen Android-Bug an. Ich weiß nicht, ob es für iOS auch war, aber Android-Leute konnten das Game nicht zocken. Ich glaube, irgendwie, ich weiß nicht genau was und wie, aber ich habe nur von iOS, äh iOS sag ich schon, von Android 10-Usern gehört. Irgendwie sowas. Aber einige konnten das zocken, einige nicht und aktuell können das immer noch manche Leute nicht zocken. Es stürzt einfach dauerhaft ab, was halt schon mal ein big no-no ist. Okay. Some of the feedback we have received was regarding which bugs we... Äh, ich muss mal mein Handy so ein bisschen mehr ans Mikro holen. Das ist voll, Bruder, dann kriege ich so einen long neck. Okay. Some of the feedback we have received was regarding which bugs we prioritized fixing first and how quickly we were able to fix them. Okay, so. Ein bisschen Feedback haben die bekommen, aber die mussten halt priorisieren, was sie als allererstes fixen, bla 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 und was schnell zu fixen ging und so, was halt wichtig ist. Okay. We fully understand and appreciate these concerns as it's not our intention to provide a poor user experience. Haben sie aber daher Pech gehabt. Ähm, rather our focus was on fixing any bug that infected game mechanics or progression first. Verständlich, aber auch wieder unverständlich, weil wenn, sagen wir mal, 30% oder 20% der, in Anführungszeichen, Community das Game nicht mal downloaden kann, weil es nicht bei denen aufpoppt im Store oder es direkt wieder crasht, wenn sie starten. Ist doch schlimmer, als wenn man irgendwo nicht weiterkam. Und wir haben das Spiel von Anfang an gespielt und ich bin mir sicher, einige Leute von euch auch, es gab kein Major Bug, der gesagt hat, bumm, bis hierhin und nicht weiter und du kannst das Game nicht weiter zocken. Also ist die Aussage für mich Bullshit, meiner Meinung nach Bullshit. Man hätte von Anfang an das mit den iOS und Android Problemen priorisieren müssen, definitiv. Es kam zu spät. Moving forward, we will carefully prioritize critical issues and their potential solutions. Ist in Ordnung, jetzt haben sie daraus gelernt, jetzt wollen sie diese kritischen Probleme fokussen und priorisieren. Das ist gut, das ist das, was ich gerade angesprochen habe. We will also redouble, redouble, wahrscheinlich reproduzieren so, egal. Our efforts to address issues in a timely fashion as our team continues to streamline its operational processes. Okay. To be honest, weil ich nicht weiß, was dieses Wort bedeutet, redouble, redouble, ähm, deswegen kann ich den Satz nicht zu 100% übersetzen, was jetzt ein bisschen sad ist. Aber ich bin mir sicher, sie wollen halt einfach die, ähm, die Sachen, die angesprochen worden sind, selbst schnell reproduzieren oder so und gucken, ob das ein großes Problem ist oder so. Gehe ich jetzt mal davon aus, so. Egal. So, weiter geht's. In the past we acknowledged issues such as dire hit description and the sync move power issue. Ja. Es wurde halt einfach, zum Beispiel bei Dire Hit, bei diesem, wo man sich auf Crit bufft, war halt einfach der Tooltip falsch, die Beschreibung. Und das haben die prioritisiert in den Patch Notes. Das hat man hier und hin und wieder mal gelesen, wenn man in die Patch Notes gegangen ist. Oder halt die sync move power issue. Ähm, was jetzt nicht schlimm ist, es ist halt nur eine Beschreibung. Und dieses sync move power issue, dass manche Attacken, glaube ich, weniger Damage gemacht haben, als sie sollten und so. Also, das ist okay, kann man dann mit einem Hotfix aber beheben, meiner Meinung nach. Und diese Beschreibung könnte man doch zum Schluss ranhängen. Es hat doch, es hat doch null Priorisierung, aber okay. For those and other matters we provide the gems as compensation. Ja, diese 6000. Player satisfaction remains our top priority and we understand how these kinds of issues may compromise it. Wir sprechen jetzt von den 6000 Gems oder von den 1000, die wir bekommen haben? Ich glaube von den 1000, weil die 6000 war für iOS und Android, ne? Egal. Auf jeden Fall haben sie da, ähm, Gems gegeben. So. Second, we acknowledged the two most common concerns from the community. There is no enough content for players to enjoy. Yes, Bruder, yes. Aber. Aber. Aber das ist nicht das. Vielleicht verstehen sie es falsch. Manche Firmen verstehen das falsch, wenn da steht, there is not enough content for players to enjoy. Manche Firmen denken dann, oh, da ist einfach zu wenig. Bruder, dann machen wir einfach noch mehr. Und dann stacken die und stacken die und stacken die. Das ist, das behebt aber nicht das Problem des Games. Die Core ist, äh. Und wenn ihr Content macht, dann bitte auch Content, der Content ist, also entweder richtig schweren Content, Challenges, Time-based Events, ähm, wie gesagt, Content in Parts aufteilen, was ich schon mal angesprochen habe. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und bitte nicht nur einfach Content on Content on Content und das ist in einer Stunde durch. The overall battle difficulty and design are not satisfactory. Yes. Yes, 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 yes. Okay, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad und das Design der Kämpfe, die Core-Mechanik, was ich gerade angesprochen habe, ist nicht gut. Es befriedigt einen nicht. Äh. Pause. Stop. Bruder. Ähm, okay. Und das ist das, was ich gerade noch angesprochen habe und immer wieder anspreche. Und das haben sie jetzt endlich begriffen. Okay, das ist gut. Schauen DNA unsere Videos, Bruder. Muss ich da los? Ich bezweifle es eher, aber okay. Okay, das sind halt genau die Sachen, die ich auch angesprochen habe. Hm. Ich hatte jetzt ganz ehrlich Angst, dass sie sowas ansprechen wie, äh, dieser Daily Summon, der ist nur für, äh, echte Gems, äh, Summonbar. Da haben sich ja viele drüber beschwert. Er hat deswegen auch diese massiven, massiven, negativen Reviews, dass sie die jetzt auf normal machen und Sammelraten werden besser und so, bla, bla, bla. Aber das ist das Core-Ding. Und da sollten sie anfangen und dann sollten sie später zu den Bannern gehen, zu den Charakteren, zu der Story und was weiß ich nicht alles. Das ist auf jeden Fall die Core-Mechanik. Die muss behoben werden. Our, our original plan was to have players progressing through the main story while at the same time tackling Core-Battles and EX-Challenges throughout September und Oktober. Da ist der Fehler. Da ist der Fehler. Was sie sagen, deren originaler Plan, deren normaler Plan war, dass die Leute die Main-Story machen und dann gleichzeitig Co-op sich da durchbatteln und all so einen Scheiß. Fehler. Großer Fehler. Welcher? Welcher Spieler? Wer von euch ist noch in der Main-Story drin gewesen und hatte genug Punkte, um überhaupt im Co-op irgendwas reißen zu können? Niemand. Co-op wurde auch extrem spät erst freigeschalten. Ähm, von daher macht diese Aussage relativ wenig Sinn. Beziehungsweise der Plan macht wenig Sinn. Die Execution war einfach falsch von deren Plan. Aber okay. That said we understand, players have quickly progressed through all the available content and feel dissatisfied with the current offerings. Ja. Okay. Das heißt einfach nur, alle Spieler sind durchgerusht wie wir und sind dann enttäuscht gewesen, dass einfach nichts mehr da war. Was auch so ist, aber rein theoretisch sind Gacha-Games auch so. Also man darf es auch nicht vergessen, Gacha-Games sind tatsächlich so gebaut und für die Leute, die mit Masters jetzt ein allererstes Gacha-Game anfassen oder mit Mario Kart 2 oder so. Gacha-Games sind tatsächlich so aufgebaut, man hat Content für eine bestimmte Zeit und dann ist eine Durststrecke, bis was Neues kommt. So sind Gacha-Games tatsächlich. Aber das Problem bei dem Spiel war halt einfach, es war Content on Content on Content on Content wie so ein Haus. Aber man ist halt einfach von Flur, also beziehungsweise von Stockwerk zu Stockwerk durchgerusht. Und ist halt in maximal einer Stunde, ihr wisst ihr was ich meine, ist jetzt ein bisschen ein komisches Beispiel, aber man war halt gefühlt in einer Stunde oben. Und dann musste man eine Woche wieder warten, bis man halt zum nächsten Haus jumpen konnte, was dann auch nur ein Stockwerk hatte, anstatt zwei oder drei. Ich glaube ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, es muss einfach mehrere Level geben, so. Egal. Ich werde mal ein bisschen hier durchraschen, sonst kommen wir nie zum Ende. Our Community has shared a great deal of feedback regarding Battle Design, User Interface and Experience and the battle-centric nature of the game. We understand that the EX-Challenge design has proven unpopular among many fans. Yep, EX-Challenges sind scheiße. Sagen sie so, haben sie jetzt verstanden. Ist auch so. We recognize the importance of adjusting these elements. Sehr gut, sie möchten das anpassen. We will address our plans to improve in these areas in greater detail in the next producer ladder. Okay, das heißt sie machen noch so ein Mail-Dingens und da möchten sie dann sagen, was so deren Ziel ist, wie die die EX-Challenges ändern können. Und bitte nimmt aus sehr schwer Autofunktion raus. Please, please. Ideally we will have been able to provide a message like this much sooner, but it was crucial for us to carefully consider our feedback. Sehr gut. Now that our team has grown, we will... We feel we are better equipped to handle the unique consensus of our global operations and we will ensure that future communication with our players is more consistent. Sehr gut. Dass sie auf ihre Spieler hören und mit den Spielern öfter reden möchten. Sehr gut, sehr gut. DNA, falls ihr das seht, was ich bezweifle. Ich liebe euer Game tatsächlich. Ich mag Masters und ich mag auch Tour. Es sind aber einfach zu viele Sachen, die das Spielen eh machen. Aber ich hoffe, ich hoffe, wir kommen noch dahin. Wir würden auch so like to assure our community that the feedback we have received, whether it was through our official community support channels or through player communications like Reddit, has been carefully considered. Bruder, jetzt enttäuschen die mich. Ja, da steht nicht YouTube bei. Jetzt war mein Feedback komplett umsonst. Jetzt schmeiß ich dieses Game weg und deinstallier das. So, ähm, it has been carefully considered and discussed with the development team in the future. We hope to improve both the speed and transparency of our messaging to players. Ich wollte gerade Massaging lesen, aber okay, so. Plans to address current issues. Ich werde das jetzt nicht vorlesen. Wir werden jetzt einfach nur Stichpunkte durchgehen. Das Video geht schon mega lang. Lack of content. Hm. Hm, hm, hm. Ich kann es nur wieder sagen. Guten Content, schweren Content, geplanten Content. Nicht Content on Content stacken. Please. No, 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 no. Da ist der Fehler. Lack of appealing rewards. Ja, was ich angesprochen habe. Die Rewards sind scheiße. Difficulty Design. Hm, 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 hm. Das Core-Problem beheben. Und vier, poor Usability. Ähm, ist jetzt die Frage auf was bezogen? Auf das Game selbst oder auf die App? Das ist, weil die App crasht in letzter Zeit voll oft. Ähm. Ähm, who knows? Who knows? So, okay, dann haben sie noch dazu gesagt. Regarding the second one, also lack of appealing rewards, this feedback that we have addressed relatively quickly, please look forward to updates in the near future. Oh, sie bringen bessere Rewards raus. Maybe mehr Gems. Oh my goodness. Das wäre so geil. Weil, ich meine, Gacha-Games sind darauf aufgebaut, dass man kaufen muss. Aber Dooku Battle and Legends hauen auch Gems wie Scheißer aus, also Stunts. Und bei denen hauen trotzdem Leute gefühlt tausende von Dollar jeden Monat raus. So, okay. Das ist schon mal sick. Den Rest, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne alleine lesen. Wir machen auf jeden Fall einfach nur noch Future Directions. Und dann let's go. Okay, sie wollen das Rewards-System ein bisschen überarbeiten. Ist gut, ist gut. More Story Events, nein. I-i-i, ja doch. Aber das ist wieder so kritisch, dass es dieses... Es kann sein, dass sie einfach nur stacken, aber sie müssen einfach... Äh, da muss einfach... Keine Ahnung, das muss wie so eine Straße gebaut werden. Ihr legt ein Layer. Und wenn ihr seht, okay, der Layer ist gelegt und die Leute sind noch nicht durch. Nächsten Layer. Ja, so. Und nicht stacken on top, sondern es muss connecten. Es muss einmal Bing machen bei den Leuten. Und sehen, oh, ey, das connectet da an der Story. Und das Event geht so und so lang. Und an dem Tag kommt noch da was. Und vielleicht kommt nächste Woche noch da was. Und dann kommt dazu noch ein Banner. Und dazu kommt vielleicht noch Rewards. Für so Events. Aber... Ja, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich hab selbst an sich mega viele Ideen, was dieses Spiel betrifft. Und tatsächlich... Tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, bin ich ein Spiel noch nie in meinem Leben so lange nachgerannt. Sagen wir es mal so. Tatsächlich hab ich jedes Game noch ein paar Stunden oder maximal einen Tag gedroppt und liegen gelassen. Aber dieses Game hat es mir echt angetan. Ich weiß nicht, warum. Deswegen mach ich ja auch noch Videos. Dieses Game hat es mir echt angetan. Und es tut mir echt im Herzen weh zu sehen, was aus dem Spiel geworden ist. Aber sie wollen ja einiges ändern. Ich hoffe, es geht in die richtige Richtung. Und ich hoffe, sie nehmen auch Feedback von Content-Creatern an. Also ich will jetzt nicht speziell mich sagen, weil ich bin dafür viel zu klein. Verständlich. Aber es gibt andere Content-Creator, die Masters auch gemacht haben, die viel größer waren. Die meisten haben das Spiel einfach liegen gelassen. Klar, was ich gerade angesprochen hab. Aber manche haben dann auch so ein Feedback-Video gemacht. Und dann auch diese Punkte angesprochen, die ich angesprochen habe. Und ja, ich hoffe, die hören darauf. Und eventuell machen die auch vielleicht mal ein Partner-Programm. Das würde ich sehr wünschen. Mit Masters, Tour und so. Also für DNA selbst. Mit dem Partner-Programm kann man halt einfach viel Analytik-Scheiße machen. Und sehen, was die Leute mögen und was nicht. Und die Videos werden dann wahrscheinlich auch vom Development-Team oder was weiß ich angeschaut. Wenn das irgendwie Kritik-Punkte sind oder so. Dadurch wird das Spiel dann schneller, flüssiger, besser. Naja, egal. Wie dem auch sei. Ja. Sie wollen das Spiel auf jeden Fall in die richtige Richtung lenken. Fragt sich nur, wie lange. Fragt sich nur, was sie machen. Und wann das Ganze kommt. Wir werden es sehen. Ich werde definitiv, glaube ich, euch auf dem neuesten Stand halten. Weil ich mag das Game. Aber so wie es aktuell ist, sehe ich mich einfach nicht neuen Masters-Content zu droppen. Außer-Summon-Videos oder irgendwelche Updates, so 5-Minuten-Videos. Ja, das Video geht mega lang. Ich hoffe dennoch, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob euch das freut oder nicht. Ob ihr Masters überhaupt noch zockt oder nicht. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten. Macht es gut. Ich bin raus. Peace.